So, und wir beginnen den letzten Runden an dem Tag für heute. Das Gebäude ist eingenommen, Genossengeneral. Ich bin graus. Der Lautsprecher-Ton ist heute stillgestanden. Wir sind unterwegs, General. Wir sind die Rote Garde. Wir werden keinen verschont. Ich zerquetsche Sie. Ob sich der Aufwand lohnt, Lautsprecher-Ton bereitet. Ah, wie schön, dass Sie sich abwinken lassen. Sind Sie so ein, selten dämlich. Ich zerquetsche Sie. Der Bunker ist bei mir. Ich hätte nichts. So, der Bunker. Da passen, glaube ich, vier rein. XXL. Für deine Sonja. Super. Was brauchen Sie? Wohin jetzt? Ich bin graus. Ich bin graus. Ich bin graus. Was brauchen Sie? Wohin jetzt? Mich hilft nichts. XXL. Achtung! Wir bauen für das chinesische Reich. Gut. Ich baue für Schieber. Ich spreche ihre Panzer auf. Ich mache große Ziele. Ich bin groß. Ob sich der Aufwand losbraucht? Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Deshalb. Ich kümmere mich. Okay. Genosse General, noch zwei Ziele. Okay. X, X, Y. Findet sie, treten ihr raus? Schließen wir schon mal hier hinten rein. Es wird Zeit. Okay. Ob sich der Aufwand lohnt? Sie greifen unsere Bartes an! Ich bin groß. Okay. X, X, Y. Ich helfe nicht. Warte auf weitere Befehle. Lasst uns bauen. China wird wachsen. Die Volksarmee. Ja, General. Wir sichern das jetzt hier ab. Sofort. Wir setzen das Gebäude. Ich bin groß. Wohin jetzt? Chinas Luftwaffe. Wir verteidigen Chinas Luftraum. So, dann fackeln wir das Haus ab. Und das Haus fackeln wir auch noch ab. Und da oben schicken wir eben den Bomber drüber. Ja. Ja. Komm, mach fertig hier. Wir haben alle Rohstoffe drauf. China war sehr groß für dich. Das ist gut. Ich ziehe fertig. Einheit verloren. Warte auf weitere Befehle. Okay. Das hätten wir auch schon geschafft. Das machen wir jetzt einfach mit einer Offensive von... ...Flammenpanzern, würde ich sagen. Was brauchen Sie? Warte auf weitere Befehle. Es dauert nicht nach. Moment. Gut, das ist auch schon mal ein Besseres hier. Hier ist es schön für das Klass. Warte auf meine Befehle. Mößen wir auf. Okay. Mößen wir auf. Okay. Mößen wir auf. X-X-D. Warte auf weitere Befehle. So ist es. Ob sich der Aufwand lohnt? So. Angeschnallt und bereit. Chinas Luftwaffe. China war sehr großzügig. Ich komme jetzt mal hier rauf. Sieht gut aus. Es wird Zeit. Ich bin groß. Wir räumen jetzt diese beiden Gebäude. Hier räume ich das. Dann baue ich da jetzt nämlich eine Waffenfabrik hin. Ja, dann sind die Nachschubfläge. Es ist knapp an der Sprengfall vorbei. Wir werden im Wohlstand leben. Ja, pflanzen wir hier jetzt das Ding hin. Schön hier. Chinas Luftwaffe. So, wir arbeiten jetzt langsam durch die Stadt durch. Ich zerquetsche sie. Wohin jetzt? So. So. Ich testiere Gasventile! Wir sind unterwegs! Gut, wir fahren! Was brauchen Sie? Ich erlichte die Stellung in der GBA zu belagern. Es dauert nicht mehr. Alles klar. Ich höre nichts ab. Es dauert nicht lange. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Wir bringen Ihnen die Erwurscht. Wir bringen Ihnen die Erwurscht. Nichts, nichts mehr. Was haben wir? Ich kümmere mich daran. Ich erledige das. Hier gibt es ja eine Schleichfliegerung. Angeschnallt und bereit! Systeme online! Kurs bestätigt! Diese Bastarde kennen kein Irrsinn. Sie haben sich in den Bergen im Nordwesten verbrochen. Einheit verloren! Oh! Maschine startklar! Chinas Luftwaffe! Oh! Nenn aus der General noch zwei Ziele! Systeme bereit! Wachen wir näher ran! Das hat sie jetzt super gebracht. ... ... Ich zeig' Fetscher-Sie! Ich bin froh! ... ... ... ... Wir bringen ein Geschenk. Wo sollen wir hier? Ich zeige euch mal dieses Nukleargeschütz. Einweichstes Gelegenheit. Also das Nukleargeschütz ist der Name Programm. Das gibt es auch noch mit Neutronengranaten. Die muss ich aber erst in Raketen zu erforschen. So, und die sterben jetzt? Die werden sich wundern. Den letzten Wunsch? Die Mutter aller Waffen. Vorsicht. Das Baby ist entfittlich. Wir müssen die Stolz haben. Das Druck überprüft. Angeschnallt und bereit. Attacke! Greife Bodentruppmann. Wir sind unterwegs. Gut, wir fahren. Ganz langsam. Gut, wir fahren. Wir sind nicht zu weit. Wir bringen ein Geschenk. So. Das ist ein Auslöser. Das Druck überprüft. Ihr sollt brengen. Einheit verloren. Also, die Bunker sind... ...war nicht dicht. Oh oh. Nichts, nix, nix, nix. Oh, Gott sei Dank. Ich bin nicht. Die Mutter aller Waffen. Ich bin groß. So, wir rücken am Panzer noch. Na? Die werden sich wundern. Chinas Luftwaffe. Oh. Maschine ist startklar. Systeme online. Fatschebock. Kennt ihr Fatschebock? Ich zerquetsche sie. Was brauchen wir sie? So, dann jagen wir noch den Bombenteppich da rein. Äh, wo haben wir die Stationen? Boah, ich muss doch hier einen Schnitt machen. Ach, gut. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.